Der ProfiClear Premium ist ein Modulfilter und besteht aus einzelnen Filtermodulen, die Sie ganz individuell nach Ihren Anforderungen zusammenstellen und erweitern können. Dies ermöglicht eine flexible Leistungsanpassung bei Teichvergrößerung oder Erhöhung des Fischbesatzes. Das Trommelfiltermodul sorgt für höchste Filterleistung. Das verschmutzte Wasser wird hierbei in eine Edelstahltrommel geleitet. Das Wasser muss nun feine Siebe mit 60 Mikron, also feiner als ein Haar, passieren und wird dabei gereinigt. Wann die Trommel verschmutzt ist und vollautomatisch gereinigt wird, überwacht und steuert ein Mikrocontrollersystem. Leicht entnehmbare Siebelemente erlauben jederzeit Zugang ins Trommelinnere. Die vollautomatische Reinigung bietet ein Höchstmaß an Komfort und Filterleistung. Die Aufgabe des Moving Bad Moduls ist die mikrobiologische Wasseraufbereitung, bei der Nähr- und Schadstoffe höchst effektiv abgebaut werden. Helix Biomedien bieten mit ihrer außergewöhnlichen Struktur eine große geschützte Besiedlungsoberfläche für Mikroorganismen. Das Moving Bad Verfahren sorgt für eine optimale Sauerstoffversorgung und für die Selbstreinigung von abgestorbener Biomasse. Das Individualmodul dient der flexiblen Ausrichtung des Filtersystems an die individuellen Gegebenheiten des Gewässers. Das Modul bietet umfangreiche Anschlussmöglichkeiten für weitere Systemprodukte. So können Filterpumpen und UVC-Vorklärgeräte platzsparend in das System integriert werden. Weiterhin sind im Strömungsbereich Edelstahlkörbe mit 8 Liter Füllvolumen integriert, die sich mit zusätzlichen Filtermedien wie Aktivkohle oder Zeolit bestücken lassen. Dieses High-End-Filtersystem lässt auch für die anspruchsvolle Keuhaltung keine Wünsche offen.